Woher bekomme ich bezahlbar qualitative Beratung zu Gründungen? Also viele, die mich auch wieder länger kennen, die wissen, vor einigen Jahren haben wir unglaublich viel Gründungsberatung gemacht. Das haben wir dann irgendwann mal sein gelassen, weil es natürlich ein schwieriger Markt ist. Es ist, ganz viele Gründungen scheitern per Definition aus unternehmerischer Sicht, schlechte Zahlungsmoral. Häufig gibt es da kein Geld und einem gescheiterten Gründer, den will man nicht auch noch ein Kassobüro auf den Hals setzen. Das heißt, alles verlorenes Geld und Ausfallquoten von bis zu 30, 40 Prozent. Und in der Tat, meine Erfahrung, die meisten öffentlichen Angebote rund um das Thema Gründungsberatung, ich sage mal jetzt lieber nichts dazu. Ich mache gerne einen weiten Bogen. Ich habe nur wenige erlebt, die wirklich eine Ahnung hatten. Ganz häufig gibt es hier Menschen, die eine theoretisch romantische Vorstellung von einer Unternehmensgründung haben und mal ein Buch drüber gelesen haben. Und ich will jetzt nicht sagen, dass man immer gegründet haben muss, um gut beraten zu können, aber ich will damit sagen, dass man schon eine gewisse tiefe Idee haben muss, was Gründung denn bedeutet und wie Gründung funktioniert. Und ganz häufig erlebe ich das eben nicht bei denen, die in irgendwelcher öffentlicher oder teilöffentlicher Trägerschaft einem bei der Gründung helfen. Wenn ich jetzt einen Berater suchen würde, dann würde ich zweileid tun. Ich würde erstmal nach Beratern gucken, die nicht auf Gründung spezialisiert sind, aber die fachlich in dem Bereich unterwegs sind, in dem ich gründen will. Und mal gucken, ob ich mich da inspirieren lassen kann. Die andere Perspektive, die ich sehe, ist mal bei dem sogenannten KMU Beraterverband zu gucken. Und ich schmeiße den Link dazu nachher nochmal in die Commentbox. Das ist ein Beraterverband für kleine und mittelständische Unternehmensberater, wo ich auch selber Mitglied bin und viele auch Mitglieder empfohlen habe, wo ich bisher immer eine sehr hohe Qualität bei den Beraterkollegen erlebt habe. Und mit vielen da auch im Austausch bin, die sind gut bei der Hilfe, wo gibt es Fördermittel, die sind auch gut bei der Frage, wie kann ich denn meine Gründung vorbereiten. Und hier habe ich eine überdurchschnittlich hohe Qualität. Deswegen auch gesehen, weil die Zulassungsprüfung, um überhaupt Mitglied werden zu können, extrem restriktiv ist. Persönliche Interviews mit dem Vorstand muss man führen, sonst kommt man da gar nicht rein. Also ich würde nach dem KMU Beraterverband schauen. Dort gibt es eine Beraterbörse. Dort einmal gucken und euch die Frage stellen, wie sieht das denn aus? Findet ihr da einen guten Berater? Vielleicht sogar in eurer Nähe oder ihr sprecht mit denen via Zoom.